Wie man BigBlueButton als Aktivität in Moodle einfügen und konfigurieren kann. In meinem Moodle-Kurs gehe ich zuerst auf Bearbeiten einschalten, dann füge ich die Aktivität BigBlueButton hinzu. Den Instanztyp lässt man in der Regel auf der Standardeinstellung Raumaktivität mit Aufzeichnungen. Die anderen beiden Instanzen können einfalls genutzt werden, wenn man bereits Aufzeichnungen hat, die man auf nicht sichtbar stellen möchte, oder wenn man nur die Aufzeichnungen sichtbar machen möchte, nicht aber den Zugang zum Meeting ermöglichen möchte. In den Grundeinstellungen gebe ich einen Namen für das Meeting ein, optional kann ich eine Beschreibung hinzufügen. Die Beschreibung wurde dann auf der Seite angezeigt, über die man gelangt, wenn man zum BBB-Meeting möchte. Aktiviert man hier Erinnerung versenden, wird allen im Kurs eingeschriebenen NutzerInnen eine Information über das Mitteilungssystem von Moodle zugestellt, dass die Aktivität angelegt oder bearbeitet wurde. In den Aktivitätsraumeinstellungen kann man auch einen Begrüßungstext hinzufügen. Hierbei kann man einen Platzhalter mit dem Namen des Konferenzraumes eingeben und rudimentäre HTML-Formatierungen nutzen, etwa Fett- oder Kursivdruck, und man kann auch Emojis verwenden. Das kann dann zum Beispiel so aussehen. Der Begrüßungstext erscheint im Konferenzraum oberhalb des Chatbereichs auf der linken Seite. Standardmäßig hat ein BBB-Meeting eine Aufnahmeoption, diese kann hier deaktiviert werden. Optional kann Warten auf ModeratorIn eingestellt werden, sodass das Meeting erst beginnt, wenn es von dem oder der ModeratorIn eröffnet wird. Auch kann eingestellt werden, dass alle Teilnehmenden beim Eintreten erst einmal stumm geschaltet werden. Im Bereich Einstellungen sperren können zum Beispiel Webcams und Mikros der Teilnehmenden gesperrt werden oder zum Beispiel auch die Teilnehmerliste verborgen werden. Unter Präsentationsinhalt kann eine Präsentation, zum Beispiel ein PDF, vorab hinzugefügt werden, entweder direkt per Track & Drop oder über den Ordner Dateien. Diese PDF würde dann beim Eintritt in das Meeting auf der Präsentationsfläche erscheinen. Wichtig ist dann noch der Bereich zugewiesene Rolle während der Live-Sitzung. Hier wird festgelegt, wer welche Rolle in der Webkonferenz hat. Es gibt dabei zwei Rollen, Moderator und Zuschauer. Standardmäßig sind alle, die mit einer Teacher-Rolle im Moodle-Kurs sind, immer auch Moderator. Alle, die als TeilnehmerInnen eingeschrieben sind, sind Zuschauer. Dies kann man ändern und zum Beispiel alle Studierenden im Kurs zu Moderatoren machen. Man kann aber auch für konkrete Rollen im Kurs oder für konkrete Nutzer die Rolle ändern. Ein Zeitplan ist optional und würde den Zugang zu einem Raum zeitgesteuert öffnen und schließen. Das ist in den seltensten Fällen sinnvoll. In der Regel würde man eine BBB-Aktivität für wiederkehrende Veranstaltungen immer wieder verwenden. Man kann BBB-Räume auch für Gruppen einrichten und man kann auch Voraussetzungen für die Teilnahme hinzufügen. Ist alles fertig konfiguriert, kommt man mit Speichern und Anzeigen direkt zu der dem Meeting vorgeschalteten Seite, von der aus man den Konferenzraum betreten kann. Hier kann man nochmal kontrollieren, ob alles richtig eingestellt ist. Die Veranstaltungen Die Veranstaltungen Die Veranstaltungen Vielen Dank.